Richard Wagner kehrt zurück nach Füssen. Erleben Sie die weltberühmte Tetralogie um den Ring des Nibelungen in einzigartigen Inszenierungen. Sehen Sie das Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung als unkonventionelles Musiktheater mit eindrucksvollen Bildern und facettenreichem Multimedia-Design. Der Ring des Nibelungen vom 12. bis 17. September im Festspielhaus Füssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist sensationell. Es war eine spannende Produktion. Es war das beste Ding, das ich wirklich gesehen habe. Es war fantastisch, es war fantastisch. Es war wirklich Richard Wagner. Es war absolut gauß. Das ist sicherlich eines der most interessanten und beobachtlichen Ring in der ganzen Welt. Wir sind absolut aus der Welt. Fantastische Ideen von Mr. Kartalow. Absolutlich super. Einer der besten Ring. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.